Alles klar? Ja. Wow. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also... Offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Okay, und welches meinst du ist Averys? Äh, ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, hab ein paar Bücher gelesen. Mist, Mist. Was? Was? Die Haustür. Sam. Er lebt noch. Ja, noch. Na los. Okay, halt die Augen nach Schorleinswippen offen. Yep. Das mal gut geht. Ups. Ist das okay? Ja. Hab ich irgendwie was verpasst? Also ich hab mir jetzt keine Sorgen drum gemacht, dass Sam nicht mehr lebt. Man hat doch gesehen, dass er an der Schulter getroffen ist, oder? Das war jetzt keine Sorge von mir. Hier durch. Vorsicht, Kopf. Den konnte jemand nicht ausstehen. Oh, noch eine alte Notiz. Oh nein. Nicht schon wieder lesen. Gründe Kondent. Oder Kondö. Kondent. Kond... Ich weiß, dass um eurem Befehl hin in mein Haus geplündet und niedergebrannt wurde. Euer Bruder streitet eure Beteiligung an diesen Taten ab, aber ich erkenne eine Lüge, wenn ich sie höre. Jetzt hab ich ein Schwert weniger, weil ich es nicht mehr aus seinem Bauch heraus bekomme. Ihr habt bis Sonnenuntergang Zeit, zurückzugeben, was mir gehört. Du in der England. Tja. So. So läuft es ab, anscheinend. Das ist die Frage, ey. Das ist so die größte Frage, die noch sein wird. Zu klären sein wird. Wir sind in Christopher Condents Haus. Condents. Was hier eigentlich passiert ist, ey. Und ob das, was hier passiert ist, uns noch erwarten wird. Scheiße. Schau. Elena. Runter. Ich sehe sie. Ich sage immer wild durch die Gegend. Länge steck, länge steck. Drake gibt sich nicht kampflos geschlagen. Versuch's doch. Wir sind bereit. Ich bin bereit. Krasser Typ. All das für den Mann. All das für den Mann. Please, ich nehme sie. Spend dem Mann. Eh, mein Mann. Ich schluck schon zu türen. den Mann. Du mit dir factor existносidそうそう. heroesicable. für den Mann. Ne. Da war doch gerade LB Wo kann ich denn L1 Wo genau war denn der Balken Wo ich das Seil ranpacken kann Oh shit ok zu spät Also dann wieder am Anfang des Abschnitts Für die Übersicht Dann können sie nicht nur von einer Seite kommen Beziehungsweise wir sind wieder entkommen Ok Warte mal Wo steckst du Arschloch Hoppen Es geht schnell, wirklich schnell los. Wenn man Bock hätte, könnte man immer wieder nur ein paar, ein, zwei Leute abknallen und dann direkt wieder weg. Scheiße, was war das? Ja. 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 Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Alter, die hab ich gar nicht gesehen Trick 17 Scheiße Das sind echt mehr als ich dachte Das sind echt schon wieder mehr als ich dachte Mein Gott, wie viele Gegner das sind Hast du schon noch? Nein, ständig schon Oh, come on. Komm schon. Komm schon. Ja, mit der FAL. Jetzt machen wir es hier zu Ende. Komm schon. Oh da. Gut. Okay. Machen wir es sofort. Können wir kurz mal den Sniper mitnehmen. Weil ich Sniper Killer One bin, wißt du? Deswegen. Sniper Killer One. Sniper Killer One. Da war schon wieder der Sound weg vom Munition aufgeben. Was ist hier los? Gefällt mir gar nicht. Ja, es ist natürlich nicht so. Ja sich das nicht so. Schau dir vor. Schau dir das nicht so. Schau dir das nicht so zu aime. Ich bin ja geschaut. Also schau dir das nicht so. Was ist hier. Ich bin ja geschaut. Ich weiß nicht. Dein Ernst? Nathan? Dein Ernst? Dein Ernst? Mach den Delfin. Jawohl. Sehr schön. Es gibt 10 von 10 Punkten. Bestes Spiel der Welt. Okay, ich habe die Planke auch nicht richtig ausgenutzt. Alles klar. Es war mein Fehler. Ich gebe es immer. Ich habe euch prompte Vergeltung versprochen. Da ihr von mir genommen habt, habe ich von euch gelernt. Das ist seine Tochter. Ja, sie haben sich wohl gegenseitig attackiert. Aber warum? Hier, Verfolgungswahn. Oder Geld? Ja, tja. Mehr Geld, mehr Probleme. Das ist wohl wahr. Es geht nur nach oben raus. Zu hoch für eine Räuberleiter. Erfrischt. Hey, na bitte. Vorsicht, da unten. So. Ist er? Ist er nicht zu fassen? Seil, Junge. Seil. Komm. Komm zu Papa. So. Ach dir. Ah, süß. Ich soll den Kampf für dich spielen? Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, aber Ärger hatte ich eigentlich so schon genug. Vielen Dank. Wie sie einfach für die Animation aus der Wand kommt. Ich dachte, Nathan wollte ja nur nochmal auf den Arsch glotzen. Oh, shit. Oh, shit. Wie sagst du das? Halt, halt! Halt, halt! Halt! Nein, nein, nein! Halt! Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Huh. Bist du okay? Ja. Mir geht's gut. Und dir? Ja. Wieder nass. Müde. Angeschlagen. Ein bisschen hungrig. Guck dir was essen. Aber sonst geht's mir gut. Ja. Huh. Okay, na los. Gehen wir weiter. Das machen wir beim nächsten Mal, Elena. Hier ist erstmal Schluss, Leute. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß noch beim Let's Play. Ja, lass mich gerne wissen. Lass gerne Feedback da. Danke dafür. Danke an die Leute, die es tun. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Es geht vorbei. Ich habe alles drin. Ich habe da alles lobi. Und dann wird's если etwas gäbe. Ich habeset sein. Es части hat leest. Vielen Dank.